So und da sind wir wieder bei der nächsten Folge Minecraft Legends zusammen mit der Christine Alpe! Und ihr seht schon im Hintergrund einen Unterwasser-Temperl! Ja, wir haben endlich einen gefunden. Da seht ihr schon das böse Fee, was schon einen Tintenfisch angreift. Wir fahren direkt zu dem Eingang, tauchen rein und dann geht es los. Erschreck dich nicht, es wird ein Jumpscare kommen, sobald wir hier reingehen. Ja, das wird sich gleich ein bisschen ändern, also ein bisschen heller ist es da drin und hier direkt Fackel hinsetzen. Genau, so machst du das. Hast du deinen Gesinn? Ja, der war vor mir. Ich war noch nie in so einem Ding drin. Ah, guck mal. Tönen. Angreifen und tönen. Wenn du ihn angreifst, kriegst du Damage. Hä? Was für ein Effekt habe ich, dass ich Damage kriege? Ich habe nur Abbaulähmung. Ich habe gerade die ganze Zeit Damage gekriegt vor irgendwas. Okay. Okay, kann man hier nach links, oh lol. Ich glaube, das ist schon der Schatzraum hier. Ich sehe einfach gar nichts. Echt nicht? Stell die Brightness mal höher. Ich habe hier. Okay. Das ist blöd. Vielleicht kannst du es nachjustieren. Ja, ich tue nachher ein bisschen Dings rein. Genau, hier drin immer auf deinen Dings schauen. Oh lol. Was ist das? Das ist richtig viel Schwamm. Okay. Den können wir uns auf jeden Fall später mitnehmen. Bisher kann man halt nicht abbauen. Warum kann ich hier nichts platzieren? An den Laternen kannst du nichts platzieren. Sag mir das doch vorher, verdammt. Ich bin fast gestorben. Habe ich so noch nicht mal einen Herzabzug gehabt? Hoch hier? Oh, hier ist unser erster Boss. Oh oh. Achso, ich kriege, ja. Ich habe keine Narbe. Äh, oh oh. Siehst du den Boss da? Ja, muss ich ihn hauen? Ja, das Problem ist, dass der ziemlich viel Damage macht. Sprich, wir müssten uns irgendwo verstecken. Komm mal mit. Der fokussiert. Oh lol. Ich habe dir meine geblieben. Ähm, wenn der dich anstrahlt, versteckt dich hinter der Wand, wenn es geht. Ja. Versuche ihn so zu hiten. Hör auf mich zu hiten. Ah, er macht kaum Damage. Das Gute ist, wenn einer. Wir haben ja auch die gute Rüstung an. Ja, eben. Das heißt, wir können den super tanken so. Na, einer haut einfach von hinten drauf. Los, gib ihm, Christina. Warte, ich muss erst mal Luft holen. Oh, wir haben ihn. Nice. Okay. Okay. Der erste Boss ist down. Oh oh. Bill macht zwei und ich habe Schwamm und einen rohen Fisch von ihm gekriegt. Was ist das denn? Ich hasse Fisch. Ich hasse auch Fisch, ey. Richtig ekelhaft, Mann. Oh ja, so ziemlich das Widerlegs zu essen überhaupt, ey. Geht gar nicht. Damit kann man mich echt hart jagen. Damit kann man mich tatsächlich auch jagen, ja. Ja, ja, mich auch. Mit Fisch kann man mich richtig jagen. Oh lol, wir sind wieder hier. Okay, ähm, jetzt müssen wir mal schauen, äh, wo es weitere Gänge gibt. Gott, ne. Hier hinten können wir noch weiter. Das ist jetzt so ein kleines Labyrinth. Okay. Wir müssen wirklich die Gänge suchen und die Bosse finden. Hier gibt es, glaube ich, kein System, wo die spawnen. Wenn man die drei getötet hat, kommt man erst an die Schätze, oder kommt man da auch vorher dran? Genau, richtig. Guck mal. Außer, Mann. Was so, was so? Das ist die, das ist, glaube ich, die äußerste Wand hier. So. Ja, wir können halt hier nichts abbauen. Ja, ja, wir haben ja auch leer. So, könnte hier jetzt oder irgendetwas sein? Danke. Nein, wir kommen wieder vor zu dem Raum. Der Gigi. Ja, und so habe ich zum Beispiel auch unseren ersten Unterwassertembel gemacht. Okay. Ah, da ist er. Hier ist eine Riesenflosse, da ist er. Der Boss? Ja. Okay. Da müssen wir rein. Wir kommen und holländisch. Ich will ihn aufessen, auch wenn ich keinen Fisch mag. Hallo, Kleine. Na, du? Nein, voll. Ach, Mann. Big Booty, 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 Big, Big, Big. Oh Gott, da sind drei, zwei Kleine. Immer schön lockt holen. Oh Gott. Und immer schön essen, wenn du Essen brauchst. Da war ja noch was. Weil sonst hast du ein Problem unter Wasser. Mein Gott. Boss, nein. Booty. Lass mich den Kleinen töten. Danke. Oh, lol. Okay, das ging einfach. Ich habe den geklatscht. Ich habe dich gerettet, Tycho. Danke. Rettet mich. Aua. Verpiss dich. Lass mein Freund in Ruhe. Was? Sind wir keine Freunde? Wir sind Freunde? Was? Oh, ich habe Freunde. Okay, dann muss ich halt nicht mehr mit dir befreundet, Tycho. Was? Oh, hier geht's tatsächlich noch weiter. Okay. Ich hatte gerade Angst, dass es hier gar nicht mehr weitergeht. Okay, ich muss Loft holen. Hier geht's lang, ja. Lass mal, lass mal. Ich fand es immer übel erschreckend, ähm, wenn diese Bosse, die machen ja diese komische Animation da vor dir. Ja. Und das hat mich am Anfang, als ich zum ersten Mal hier rein bin, übel erschreckt und ich wusste nicht, was das ist. Okay. Holy shit, ja. Ich greife irgendwas an. Doch, doch, doch. Hier ist ein kleiner auf jeden Fall. Okay. Du greifst Christine an. Das lasse ich aber nicht zu. Nice. Hey, hier kommt noch ein Strahl. Wir verstrahlen uns. Hier raus kam der. Wo bist du? Hier. Oh, mein Fernseher will sich ausschalten, das ist aber schlecht. Das ist doch mein Aufnahmeprogramm. Fernseher, bitte, bitte, hab Geduld. Oh, oh. Okay, zack. So. Ähm, wir sind nämlich im Kreis gerauten. Ich bin mir gerade da noch aufgefallen. Ach, ich bin tot. Er ist tot. Ähm, hm, hm, hm. Ah, hier ist der Große, glaube ich. Hä? Hä? Nee, da war nur ein kleiner. So. Zwei kleine. Wie viele da jetzt sind. Aua. Kleiner. Was ist das denn? Oh, lol, ich krieg, äh, Scharen. Ah, guck mal, neben dir. Ich hab ihm eine gedamaged. Klatsch, 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 klatsch. Auf den Popo. Oh, nein. Gib ihm Schelle. Aquaschelle. Ha, ha, ha. Da ist grad einer raus, wo wir hoch sind. Ich weiß es echt nicht. Wo der letzte Penner ist, ne? Ja. Aua. Oh Gott, ich ertrinke. gerade. Ah. Komm her. Ah, lol. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber du kriegst es gut hin mit dem, ähm, Luftholen. Gut, ne? Ich lerne schnell. Ja. Na. Ob das Platz, schnarr. Hier, ein Fischi zu dir. Hast du jetzt ernsthaft zu mir geboxt? Ja, er ist da hingeschwommen, als ich ihn geschlagen habe, da kann ich nichts für. Wollt du mir ein Küsschen geben? Ah. Oh. Er wollte dein neuer Freund sein. Oh. Oh. Und dann hast du ihn fast getötet. So wie jetzt. Ich habe ihn getötet. Danke. Mich strahlt hier irgendwas Großes an. Na, das sind immer noch die Kleinen. Aber ich weiß nicht, waren wir hier schon? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Ne, waren wir nicht, weil hier ist ja direkt ein Raum. Ah, hier ist wieder der große Raum mit dem Schatz drin. Mein Gott, kleiner Fisch. Oh Gott. Und den Schatz können wir jetzt noch nicht holen, ne? Ne, weil wir ja noch, äh, Mining Fatigue haben, oder wie es heißt. Ja. Abbaulähmung. Richtig. Äh, ich glaube, wir müssen hoch. Komm mal. Ja, danke. Oh leil. Kommt mir das Mistvieh ins Gesicht geflogen. Hier. Wo bist du? Direkt beim Schatz. Ich sehe immer nur, wo du bist, wenn, wenn diese Viecher dich anvisieren. Ja. Ähm, hier gab's doch irgendwo die Schwämme, ne? Ja. Hier, genau. Ging's da irgendwo weiter? Nee. Aber das finde ich interessant, dass es hier Räume mit Schwämme gibt. Hilfe. Hol Luft, oder? Ich muss auch Luft holen. Hol selber Luft. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, hier sind wir noch nicht hoch. Oh, mich hat wieder so ein Ding da. Ah, doch, hier ist Level. Hier ist ein Level. Hier waren wir schon. Ah. Hahaha. Das ist jetzt halt die Suche. Ja, dann lass mal mal Steine platzieren, sonst laufen wir fünfmal im Kreis. Okay, also hier hoch sind wir. Hier geht's gar nicht weiter. Na? Ich muss was trinken. Äh, trinken. So in etwa. Mama, ich muss was trinken. Na, dann hol doch Luft. Da oben war das mit den Schwämmen. Dann mach ich hier mal so zwei Steine, weil die Schwämme kann man gerne mitnehmen. Ja. Könnt gerne sogar. Ähm, hier geht's nochmal rein, hier rechts. Aber hier geht's nicht hoch, okay? Ja. Ah, ich werd anvisiert. Ha. Anvisieren. Und Feuer. Piu. Hier? Hoch? Ich bin hier grad gestorben. Hä? Ich bin hier irgendwo hoch. Achso, bist du hoch? Ich hör gar nichts. Nein. Ah, da war irgendwas in der Wand. Oder was die Fackeli abgefallen ist. Keine Ahnung, Keiko. Ich weiß nicht, ich hör hier einen Slime oder so. Ein Unterwasserslim. Gibt's das? Da ging kein Raum weiter, oder? Ne. Dann mach mal hier recht. Gott, hätte ich da jetzt zugemacht, wärst du hier gefangen, bis ich den Letzten getötet hätte. Okay, ich guck mal kurz runter. Hier irgendwas ist. Ne, hier ist nix. Kannst du schon mal weiterschauen? Hm, hier ist nix. So weiter. Nein. Okay, dann haben wir die komplette Sackgasse abgeklärt. Aber da geht's hoch. Guck mal, hier. Aua. Aua. Okay, das ist interessant, dass es hier so Gänge gibt. Es tut mir im Übrigen leid, dass es so ein bisschen arg heftig donkler ist. Ja, ich tu das nachbearbeiten einfach. Ja, ich guck mal, wie ich das hinbekomme. Die Qualität ist zwar nicht mehr so schön, Leute, aber ist halt so, ne? Ja, man sieht immerhin was, ne? Ja, eben. Ich glaub, hier sollte man gar nicht hin. Wir sind aber hier. Kommt man da weiter? Nein. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Alarmer, Alarmer. Komm her, wir atmen zusammen. Okay. Ich bin irgendwo reingefallen. Und wieder hochgeschwommen. Okay, wollen wir auf der anderen Seite noch weiter schwimmen oder zurück? Ja. Es könnte natürlich überall... Ich weiß, warum auch ich das so dunkel sehe, weil ich die Softboxen auf mich leuchten habe. Da ist das ja eh nochmal dunkler. Ach ja. Na ja, klar, natürlich. Ich warte hier. Äh, du kannst hier mal runter. Oh Gott. Geh mal hier runter. Oh Gott. Voll am Husten, ey. Geh mal hier runter, hier komm ich dann nochmal hin. Hallo, fettes Vieh. Okay. Das hat mir nochmal ins Gesicht geleuchtet. Hilfe! Da kommt was! Da ist was drin. Angriff! Huh, ha! Da ist es. Guckt mich an mit seinen bösen Augen. Kehles! Ach, hier ist... Hä? Äh, du ertrinkst? Ne, tue ich nicht. Ist hier ein neuer Schwammraum! Muss, weil hier sind unsere Steine nicht, die wir platziert haben. Ja, eben. Oh Gott, ey. Taiko, wir sind seit 15 Minuten hier am rumdrödeln. Nein, 13 Minuten 30. Oh Gott. Ja, das ist halt der Tempel, ne? Im Endeffekt suchen wir noch dieses eine große Mistvieh. Richtig. Und wenn wir das haben, dann... können wir... looten. Ah. Gott, wir haben uns getrennt, ne? Ich seh dich. Echt? Okay. Ja, kleines Vieh. Lol, ich kann dem Vieh einfach näher... Echt? Ich glaub schon, hier ist ein großer Raum mit so einem fetten Vieh, oder? Oder? Jetzt komm ich hier zufällig zu dir. Oder ist es generell draußen? Musst du dir angucken, komm. Ich hab keine Ahnung. Jo, wenn das so eine riesen Flosse ist, dann ist das der letzte Boss. Keine Ahnung, die sind alle so groß, find ich. Okay. Komm einfach gucken, Taiko, Mann! Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich muss hier außenrum, äh, schwimmen, weil da kein direkter Weg war. Schneller! Okay. Ja, ich beeile mich. Ich bin ein Zandar, der zu nicht langsam schwimmt in der Farbenwelt. Gut, wir ehle dich. Wir sind aber wieder die Steine, die wir platziert haben. Ne, ich hab da gerade eins platziert. Ah, jetzt krieg ich wieder diesen Effekt. Oh, okay. Ähm. Ich glaub hier raus. Ach, das ist der Ausgang. Wir haben den Ausgang gefunden. Hier ist kein Endgegner, nein. Okay. Aber immerhin wissen wir, wo der Ausgang ist. Kappa. So, ähm, links sind wir schon gegangen. Hier ist die Schatzkammer. Hier ist die Schatzkammer, richtig. Sind wir schon nach oben hier direkt? Keine Ahnung. Komm mal zurück. Und dann hier hoch. Ich hab einfach das Gefühl... In Copplestone hast du, glaub ich, gesetzt, ne? Ja. Ich hab einfach das Gefühl, dass wir überall schon waren. Es sieht einfach alles selbst gleich aus. Ja, natürlich. Äh, ne, hier waren wir schon. Ich glaub, das war sowieso der Raum... Ne, da oben geht's, glaub ich, gar nicht weiter. Oh Gott. Ja, ich denk, dass ich da auch ein bisschen schneide bei der Aktion. Besonders jetzt das Letzte. Bei den Zufriedenden, das ist doch so ein Kunstwerk. Ich hatte... Hände irgendwo. Boah, mich haben drei Stück anvisiert, Mann. Ja, GG. Ja, hast recht. Die Visieren... Ah, ne, jetzt fliehen sie. Jetzt schwimmen sie zu dir. Ich glaub, das war der erste Raum... Erste Raum, wo wir den Großen besiegt haben. Aua. So. Da ist nix. Hier ging's nicht weiter. Wir müssen, glaub ich, mehr Steine setzen. So, da oben sind die Schwämme, genau. Die haben wir auch so markiert. Äh... Boah, nix. Nein. Hier links waren wir. Hier rechts waren wir noch nicht anscheinend. Hier geht's nach oben, zu den Schwämmen da oben. Ja. Hm. Hier gibt's noch mal... einen Raum. Genau, ich glaub, hier war ich. Und dann hast du gerufen, dass, ähm... Okay. Du da eventuell was gefunden hast. Genau, und dann hab ich geguckt, ob ich da hinten rauskomme. Ging aber nicht. Da ist ne Sackgasse. Jetzt können wir mal auf die andere Seite gehen. Weil da ging's nämlich auch nochmal weiter. Da schwimm ich mal voraus. Vielleicht... Haben wir da was? Ah... Vielleicht... Aua! Pfff! 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 Aua! Pfff! Pff! 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 Ja, wir sind einmal im Kreis, wir sind in der Schatzkammer. Ich glaube, wir müssen zum Ausgang und da weitersuchen, weil hier ist nix. Also hier sind wir jetzt echt schon überall hin, meiner Meinung nach. Gott, Leute, hört auf mich anzugreifen. Ihr habt eh keine Chance gegen Mesh. Gott, gehen die mir auf den Piks. Ah, wo war der Hauptausgang? Nee, nee, nee. Ich habe ihn, glaube ich. Echt? Genau, hier ist der Ausgang. Dann gehen wir einfach mal hier direkt hoch. Das haben wir schon gemacht, oder? Oder am Ausgang außen. Was? Am Ausgang? Nee, nee, komm rein. Weil von außen kommst du ja auch nicht rein. Ich mag mich. Luft. Hier geht es extrem hoch. Ich schwimme mal ganz kurz, komplett hoch einfach. Hier ist er. Wo? Ganz oben. Hä? Einfach. Wenn man reinkommt an den Stein vorbei und dann hoch? Nee, vor dem Stein. Sie verarschen, da war nichts zum Hochschwimmen. Doch. Hier. Direkt. Nach da. Wohl mal locht. So, da sind wir zurück. Wir haben den Boss gefunden. Der Drecksack hat sich hier komplett oben versteckt. Ganz am Anfang. Hier oben. Du bist tot. Er will fliehen. Er ist tot. Wir haben ihn. Wir haben den Fluch gebrochen. Jetzt müssen wir nur noch den Schatzraum finden. Und während der Zeit halt unseren Mining kritisch. Ich habe eh nur noch 1,54. Effekt? 4,1,4. Ach so. Okay, ich habe noch drei Minuten. Tja. Dann weißt du, wer zuerst blündert, ne? Ja, du. Ja, so schwer ist er ja jetzt nicht zu finden. Wir müssen gleich links und dann sind wir schon drauf. Hab ihn! So, oh, was für eine Überraschung. Ja gut, dann würde ich sagen, fang mal an zu bauen. Ja, das kann ich ja nicht. Ach so, du hast ja noch kein Denkens mehr. 1,26. Aber wir können uns hier mal einsperren. Damit die Mistviecher uns nicht kriegen. Eingang würde ich gerne offen lassen, vielleicht. Holz. Holz der Mining. Okay. Okay. Also wenn wir jetzt hier, ähm... Wir werden nicht sterben, Teiko. ...einen vergessen haben, kommen wir hier nie wieder raus, ne? Dann ist das halt so. Ja, dann werden wir hier unser neues Lazpla anfangen, ne? Du hast doch nur eine Abbaulähmung. Wenn einer immer eine Fackel setzt an der Stelle, kann der andere bauen. Brain. Ja, ich hab hier eine Dengs, aber ich hab ein Eisen zu wenig, sonst... So ein Sack. Durchs Loch. Durchs Loch, ja. Jetzt sind wir gearscht, weil du da auch noch einen Stein hengesetzt hast, Teiko. Wenn, dann ganz, ne? Warte mal, ich hab... Du hast so einen Schwamm, oder? Ja, eben. Genau. Brenne einen. Ich brenne hier mal eben... ...brutzel mal ein Schwämmchen. So ein Schwämmchen. Und dann haben wir hier... Hier kriegst du einen Fisch zur Belohnung. Aua. 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 Okay. So, dann haben wir gleich hier... Blab. Easy. 7 Sekunden, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wo muss ich bauen? Oben? Ja, oben. Ganz viel Gold. Das war's schon? Ja. Ja. Hier hast du noch drei Goldblöcke. Also so viel. Wir holen uns aber noch die Schwämme, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, du musst alles abbauen. Ich kann ja nichts abbauen. Oh nein, wir werden weggetrieben. Aber die Schwämme sind einfach so OP. So, wir hatten ja hier zwei Spots mit Schwämme, ne? Ja. Sogar. Ähm, und zwar müssen wir, oh Gott, wo müssen wir lang? Ich glaube, hier eins war direkt am Anfang hier, oder? Genau, da wo zwei Steinblöcke platziert sind bei dem Gang, da müssen wir rein. Hier. Hier, Plastida. Warte, ich muss ab. Aber. Gib mir Luft! Wo ist du? Hä? Ich seh dich nicht mehr. Ah. Ja, sag doch nicht hier und, äh, ich seh dich nicht. In den, in den Schatzraum. Ja, ist okay. Guck mal, das, das sind wie Paparazzi, die wollen, äh, Fotos schießen. Aua. Oh Gott. Okay, und hier direkt nach oben. Genau. Ich hab auch nur noch 30 Sekunden, dann kann ich auch abbauen. Das ist mir Stahl. Ich hab seinen Strahl aufgehalten. Ich bin so ein Bad Boy. Oh Gott. Ich glaub, du erträngst gerade, Christina. Christina. Ich will diesen Schwamm. Bringt sie sich fast um hier, ey. Ich hab noch halbes, halbes Voll. Ähm, du hast den Ofen, platziere den mal bitte. Warte. Dann, dann können wir hier einen Schwamm nochmal brutzeln. Den nehmen wir. Mhm, genau, äh, pack ich ein, äh, du hast das Holz. Kann kein Boot verbranen. Unlucky. Weil dann können wir die Schwämme auch ein bisschen schneller abbauen, weil mit, ja, man baut die einfach extrem langsam ab. Warte mal, ich packe da mehr Schwämme rein. Zack. Eis. Ja, dann braten wir uns ein paar Schwämme und dann können wir noch den nächsten Raum plündern. Ansonsten würde ich sagen, warst du es auch schon von dieser Folge, ne? Ja, würde ich auch sagen, ne? War doch sehr, sehr interessant, ne? Ja, war so ein Tempel, ne? Ja, eben. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Genau. Bedankt mich fürs Zuschauen. Genau. Schaut bei Christina vorbei. Schaut bei Deiko vorbei. Und dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.